Das Einheitsgebet der Flamme der Liebe Um Satan zu blenden Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Mein entzückender Jesus, mögen unsere Füße zusammenreisen, mögen unsere Hände sich zu einer Einheit vereinen, mögen unsere Herzen im Einklang schlagen, mögen unsere Seelen in Harmonie sein, mögen unsere Gedanken eins sein, mögen unsere Ohren gemeinsam die Stille hören, mögen unsere Blicke einander tief durchdringen, mögen unsere Lippen zusammen beten, um Barmherzigkeit vom ewigen Vater zu erlangen. Amen. Um diesen Kanal zu unterstützen und mehr Videos wie dieses zu machen und viele Seelen in Not zu helfen, teilen und abonnieren Sie bitte diesen Kanal, indem Sie auf den Button mit dem Glöckchen klicken. Vielen Dank dafür. Gott segne Sie und Ihre Liebsten und lassen Sie uns weiter beten. Tschüss. Mit einem Schildkind